In diesem Video zeigen wir, wie eine Silikon-Negativform von einem Umgebungsmodell hergestellt wird. Eine Silikon-Negativform bietet sich besonders dann an, wenn mehrere Gießlinge derselben Umgebung hergestellt werden sollen. Wir wenden ein Verfahren an, bei dem wir drei Schichten Silikon verarbeiten und eine Stützform aus Gips anfertigen. Dieses Verfahren ist relativ aufwendig, aber ressourcenschonender und damit kostengünstiger. Für die Herstellung der Silikon-Negativform benötigen wir folgende Werkzeuge und Materialien. Holzleisten, eine Waage, einen Pinsel, einen Spatel, einen Akkuschrauber, Schraubzwingen, einen Silikonpinsel und Schrauben. Für die Silikonform selbst benötigen wir Formenbausilikon, Vernetzer, Trennwachs und Silikonreste in Form von Granulat. Das Urmodell ist ein architektonisches Umgebungsmodell. Im Beispiel mit einer Grundplatte aus MDF, der Topographie aus kaschierter Finnpappe und Häusern aus EPS-Hartschaum. Das Urmodell wird auf eine Arbeitsplatte von der Rückseite verschraubt. So verhindert man ein Wegrutschen bei den folgenden Arbeitsgängen und ein Unterlaufen des Modells mit Silikon. Je nach Porosität der Modellbauwerkstoffe empfiehlt es sich ein Trennmittel zu verwenden, um das Ausschalen des Urmodells aus der Silikonform zu erleichtern. In diesem Fall betrifft das die sägerauen Schnittkanten der MDF-Grundplatte. Für die Abformung verwenden wir kondensationsvernetzendes Silikon, das im Verhältnis 100 Gewichtsanteilen Silikon zu 5 Gewichtsanteilen Vernetzer gemischt wird. Die Vernetzungszeit des Silikons beträgt 24 Stunden, sodass der Abformprozess 3 Tage in Anspruch nehmen wird. Für die erste Schicht Silikon benötigen wir eine relativ kleine Menge, da diese Schicht lediglich dazu dient, die Oberflächen des Modells genau und luftblasenfrei abzuformen. Durch die hohe Viskosität des Silikons verbleibt von dieser Schicht nur ein dünner Film auf dem Modell. Mit einem Pinsel wird das Silikon auf jedem Modell verteilt. Die zweite Schicht Silikon wird ebenfalls im Verhältnis 100 zu 5 nach Gewichtsanteilen abgewogen. Der Vernetzer enthält nun eine blaue Kontrollfarbe und ein Tixotropiermittel, auch Stellmittel genannt. So bekommt das Silikon eine pastöse Konsistenz und kann auch an vertikalen Flächen verteilt werden, ohne abzulaufen. Die zweite Schicht Silikon sorgt für eine Stabilisierung der ersten, sehr dünnen Schicht. Bei der Verarbeitung mit Pinsel oder Spatel ist darauf zu achten, dass keine Luftblasen eingeschlossen werden. Luftblasen Luftblasen schwächen die Silikonform und sie kann später beim Ausschalen der Gießlinge einreißen. Mit der dritten Schicht Silikon bekommt die Negativform ausreichende Stabilität. Diese Schicht bildet die Kontaktfläche zur Stützform aus Gips und benötigt entsprechende Oberflächeneigenschaften, damit sich die Stützform und die Silikonform leicht voneinander lösen lassen. Das Silikon wird erneut im Verhältnis 100 zu 5 abgewogen und sorgfältig gemischt. Wieder verwenden wir den Vernetzer mit Texotropiermittel. Nach dem sorgfältigen Mischen des Silikons geben wir ein Granulat aus Silikonabfällen dazu. So können wir eine relativ dünne, aber ausreichend stabile Schicht erzeugen. Auch vergrößern wir so das Volumen und können ressourcenschonender arbeiten. Das Silikon wird mit Pinsel und Spatel auf dem Modell verteilt. Wir achten nun darauf, dass sich alle vertikalen Bereiche der Form nach oben hin verjüngen. Abschließend glätten wir die Silikonoberfläche mit Spülmittel und verbessern, wenn notwendig, die Ausformwinkel mit den Händen. Um die Silikon-Negativform für die Herstellung von Gießlingen zu stabilisieren, fertigen wir eine Stützform aus Gips an. Wir begradigen die Ränder der Silikonform mit einem Cuttermesser. Anschließend bauen wir einen Rahmen aus Holzleisten im Abstand von etwa 3 cm zu den Seiten der Silikonform auf die Arbeitsplatte und befestigen den Rahmen mit Schraubzwingen. Der angemischte Gips wird in den Rahmen gegossen und ist nach 30 bis 40 Minuten ausgehärtet. Wenn der Gips in der Stützschalung ausgehärtet ist, können die Schalungselemente auseinandergebaut werden. Die Stützschalung wird gegebenenfalls mit Hilfe von Keilen von der Arbeitsplatte gelöst und kann dann nach oben hin abgenommen werden. Die Silikonform kann nun vom Urmodell abgelöst werden. Wir ziehen die Silikonform vorsichtig ab und greifen mit der Hand darunter, um sie nach oben wegzudrücken. Die Negativform kann jetzt in die Stützschalung gelegt werden. Mit Hilfe der Silikonform können nun auch Mehrfachmodelle in Gips oder Zement abgegossen werden. Cliphone